Ich würde dann gleich weitermachen und in das spannende Thema der Online-Service-Terms einsteigen, zusammen mit dem Thema des Data Protection Addendums. Es gibt viele Begriffe, die darunter fallen, auch die Benutzungsbedingungen oder die Nutzungsbedingungen für Microsoft-Online-Dienste, das ist das Gleiche. Auf jeden Fall macht es Sinn, wenn wir über das Thema Datenschutz reden und Datensicherheit reden, dass das Ganze natürlich vertraglich begründet sein muss. Das ist ja etwas, worauf wir mit den Kunden vertraglich zugehen, wo wir Angebote bzw. vertragliche Zusicherungen machen, wo wir uns auch selber binden mit den entsprechenden Zusagen, die unser Kunde oder unsere Kunden von uns bekommen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt zum Einstieg auch in den Tag uns mal damit beschäftigen, was diese Online-Bestimmungen oder Bestimmungen für die Microsoft-Online-Dienste tatsächlich sind. Ich habe das mal ein bisschen vereinfacht. Sie können sich vorstellen, das sind umfassendere Vertragstexte, die natürlich auch juristisch formuliert sind. Von daher ist es immer ganz gut, wenn man das mal ein bisschen rausgreift und sagt, was ist, das sind die wesentlichen Bestandteile und das sind eigentlich drei Stück. Zum einen geht es erstmal in einem Definitionsblock darum zu erklären, welche Begriffe verwenden wir überhaupt, was verstehen wir überhaupt über Kunde, was ist eine Lizenz, was ist eine Datensicherung und ähnliches. Also dass man einfach in diesem Teil mal eine begriffliche Definition hat für die weiteren vertraglichen Vereinbarungen, über was reden wir eigentlich in diesen Bereichen, das ist der erste Part. Der zweite sind dann die Geschäftsbedingungen, wo drin steht, wie erfolgt eine Lizenzierung der Online-Dienste, wie können sie genutzt werden, welche technischen Beschränkungen gibt es auch für die Nutzung. Hier ist auch ein Punkt nochmal Datenschutz und Sicherheit drin, der war in den letzten Jahren in den Online-Service-Terms oder in den Nutzungsbedingungen sehr ausführlich mit aufgenommen. Das ist jetzt hier reduziert, weil wir das in einem extra Teil ausgegliedert haben, da komme ich gleich nochmal zu. Es geht auch um das Thema, wie lange stehen Online-Services zur Verfügung, was für Regelungen gehen wir ein, wenn sich an den Online-Services etwas ändert. All das ist hier geregelt und dann geht es nochmal in die spezifischen Bestimmungen hinein, nämlich in unsere drei Clouds, die wir haben. Das eine ist Azure als unsere allgemeine Cloud, das ist Dynamics 365 für unsere Business-Applikationen und Office 365 für unsere Produktivitäts-Applikationen und für sonstige Online-Dienste. Also das sind die wesentlichen Blöcke in unseren USTs, also in unseren Bedingungen für die Munde von Microsoft-Produkten, die dort geregelt sind. Wir haben, um eine bessere Struktur zu erlangen in diesen Dokumenten, ich sagte gerade schon, bisher waren sämtliche Datenschutz-Regelungen auch Teil dieses Dokumentes, dieser Online-Service-Terms. Der Fall ist aber, weil wir auch da sehr viele produktspezifische Dinge drin geregelt haben. Eben, Sie haben es gesehen, Azure, Dynamics, Office. Dort gibt es eine hohe Dynamik von neuen Diensten, von neuen Regelungen. Der Datenschutz-Teil ist aber stabil. Und unsere Kunden wollen wir nicht irritieren damit, dass sich die Online-Service-Terms durch neue Produkte, neue Services ständig ändern. Und damit, wir suggerieren, dass ich auch in den Datenschutzbestimmungen ständig etwas ändern würde. Wir haben das halt getrennt. Und deswegen gibt es jetzt seit Januar 2020 zwei getrennte Dokumente. Zum einen die weiter bestehenden Online-Service-Terms mit den Geschäftsbedingungen, auch für die einzelnen spezifischen Produkte. Und eben ein eigenes Dokument für das Thema Datenschutzbestimmungen für die Microsoft-Online-Dienste. Sie sehen auch hier schon, seit Januar hat sich bereits bei den Online-Diensten, bei den Bestimmungen, was geändert. Es sind neue Dienste dazugekommen. Es haben sich ein paar Regelungen geändert. Die Datenschutzbestimmungen sind seit Januar 2020 aber stabil und damit auch gut lesbar und nachvollziehbar und ändern sich halt nicht ständig. Was sind nun diese Datenschutzbestimmungen für Online-Dienste? DPA steht für Data Protection Addendum, also als Anhang zu den Online-Service-Terms. Auch hier nochmal eine Definition von Kundenbegriffen, beziehungsweise von Datenbegriffen. Was sind Kundendaten? Was sind Diagnosedaten? Was sind Support-Daten? Was sind Standardvertragsklauseln etc.? Dass man sozusagen versteht, über was das Data Protection Addendum dann auch redet. Und dann die einzelnen Datenschutzbestimmungen, die eben sehr umfangreich sind, die den Umfang beschreiben. Nochmal die Art der Eigentumsverhältnisse definieren, die Relevanz der DSGVO darstellen, Vertraulichkeitsverpflichtungen unserer Seite im Rahmen als Auftragsverarbeiter. Unterschiedlicher Hinweis auf weitere Zertifizierungen, die da schon grundlegend berücksichtigt werden. Und auch nochmal einen Anhang zu Sicherheitsmaßnahmen. Das ist das ganze Paket, was mit einer hohen Stabilität, auch inhaltlichen Stabilität, in den Datenschutzbestimmungen für Microsoft-Online-Dienste vorgenommen wird. Ein wichtiger Punkt war auch nochmal, dass wir hier in dem Dokument zu klareren Formulierungen gekommen sind. Was sind genau Kundendaten? Was wird als Kundendaten betrachtet? Was ist dieses geheimnisvolle Wesen der Diagnosedaten, über das so viel gesprochen wird? Und was sind zum Beispiel dienstegenerierte Daten? Das sind zum Beispiel anders als die Daten, die unsere Kunden uns anvertrauen. Also zum Beispiel ihre Excel-Tabellen, die sie anlegen, ihre Word-Dokumente, die sie anlegen, ihre Skype- oder Teams-Gespräche und Konversationen, die sie führen. Die dienstegenerierten Daten sind keine Inhaltsdaten, sondern sind Daten, die durch die Nutzung, durch den Verbrauch von Online-Services erstehen und die beispielsweise nötig sind, um dann auch eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Cloud-Dienste machen zu können. Ich komme nochmal auf den Punkt, den kann ich gar nicht oft genug aufblenden, weil mir eben sehr wichtig ist, oder uns wichtig ist. All diese Daten, egal wie sie jetzt definiert sind, dafür gelten die Aussagen, die wir hier getroffen haben. Wir haben nämlich die Kundenbehandlung des Eigentums an ihren entsprechenden Daten und wir nutzen die Daten wirklich nur für die Geschäftszwecke, für die wir sie brauchen. Also auch für legitime Geschäftsinteressen, die wir haben und das Recht, der Kunde behält aber das Recht an all seinen Daten. Thomas, wenn ich da gerade rein darf, jetzt kommt schon zum zweiten Mal dieser Begriff, legitime Geschäftstätigkeiten. Ist das auch irgendwo geregelt? Ja, als hätten wir es abgesprochen. Tatsächlich. Danke für die gut vorbereitete Frage. In der Tat, was sind denn nun diese legitimen Geschäftstätigkeiten? Ist das vielleicht so ein Einfallstor, wo man jetzt dann doch alles Mögliche mit den Daten machen kann? Ist es nicht. Wir haben hier eine abschließend definierte Liste von legitimen Geschäftstätigkeiten von Microsoft. Sie sehen darin Abrechnungs- und Kontoverwaltung, Vergütung, interne Berichterstattung, Bekämpfung von Betrug, Cyberkriminalität. Sie werden das vielleicht schon öfter gehört haben, dass Microsoft darin beteiligt war, weltweite Botnetze zum Beispiel aufzubrechen, zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden. Das sind Informationen, die hier rauskommen. Natürlich Verbesserungen zur Kernfunktionalität, beispielsweise Barrierefreiheit, wiederum Datenschutz oder auch zur Energieeffizienz von Systemen. Finanzberichterstattung, die wir machen müssen als aktiennotiertes Unternehmen oder börsennotiertes Unternehmen und natürlich auch zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen. Das ist eine abschließende Liste der legitimen Geschäftstätigkeiten von Microsoft, für die wir Daten nutzen. Und auch nur dafür nutzen wir die Daten. Wenn Sie hier nochmal weitergehende Informationen finden wollen, wir haben hier nochmal QR-Codes für die beiden von mir jetzt gerade beschriebenen Dokumente dargestellt. Das eine sind die Online-Service-Terms, also die Nutzungsbedingungen für Microsoft-Dienste. Das andere sind die Datenschutzbestimmungen für Microsoft-Online-Dienste und der entsprechende Link auf die Seite, wo sich beides findet. So viel dazu von mir zum Thema Online-Service-Terms und Data Protection Addendum. So viel dazu von mir zum Thema Online-Service-Terms.